Der kleine Prinz kennen sicherlich die meisten von euch. Seine Weisheiten und Einsichten des Lebens wie Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, sind allgemein bekannt. Der Autor dieses modernen Kunstmärchens ist der Franzose Antoine de Saint-Exupéry. Heute fiel mir von ihm ein Text in die Hände, der mir gut gefällt, der mich zum Nachdenken bringt und der, wie ich finde, auch gut in die momentane Zeit passt. Die Kunst der kleinen Schritte. Ich bitte dich nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um die Kraft für den Alltag, lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Mach mich findig und erfinderisch, um im täglichen Vielerlei und Allerlei rechtzeitig meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren, von denen ich betroffen bin. Mache mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung. Schenke mir das Fingerspitzengefühl, um herauszufinden, was erstrangig und was zweitrangig ist. Lass mich erkennen, dass Träume nicht weiterhelfen, weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft. Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen. Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt. Schick mir im rechten Augenblick jemand, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten, riskantesten und zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin. Verleihe mir die nötige Fantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte mit oder ohne Worte an der richtigen Stelle abzugeben. Mache aus mir einen Menschen, der einem Schritt mit Tiefgang gleicht, um auch die zu erreichen, die unten sind. Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Mavridis.